Hallo und herzlich willkommen bei den Borkener Landgeschichten. Ich darf heute auf dem Betrieb Hone Fehmann in Raßfeld-Erle den Redakteuren von der TopAgra über die Schultern schauen. Die TopAgra ist ein Fachmagazin für uns Landwirte. Festes Bestandteil sind Praxistests und Systemvergleiche. Hier seht ihr, wie die TopAgra-Redaktion eine GoPro hinten am Flug anbringt und immer Stück für Stück jedes Schar einmal auf Video aufnimmt. Mit dem Bildmaterial können die Redakteure später im Magazin und im Video die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme aufzeigen. Mit den Informationen der TopAgra können die Landwirte das für ihren Betrieb beste Verfahren auswählen, um möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Das ist die деньги, die TopAgra-Redaktion von der TopAgra, der TopAgra ist. Das ist die erstecke, die TopAgra und der TopAgra. Die TopAgra. Vielen Dank.